Yo, servus Leute. Heute gibt es einen neuen Quick-Tipp und zwar machen wir einen Quark-Shake. Ja, was ihr dazu braucht, ist einmal natürlich Magerquark, dann braucht ihr gefrorene Beerenfrüchte, ein bisschen Whey-Protein und Wasser. Wenig Zutaten, geht echt super schnell. Wie das ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Probiert es aus. Ihr nehmt die gefrorenen Beeren und tut ihnen einen Mixer. Dann macht ihr da ein bisschen Wasser dazu. Ja, mein Mixer hat eine Icecrush-Funktion. Das heißt, die werden immer ganz kurz gehäckselt, dann hört er wieder auf, dann häckselt er wieder, damit die eben schön klein werden. Ja, das macht ihr so lange, bis das Mus ergibt. So, jetzt nehmt ihr das Whey-Protein. Ich habe jetzt hier den Geschmack Erdbeere und tut es einfach mit rein. Und nehmt dann den Magerquark, tut es auch mit rein und lässt es noch mal ein bisschen durchshaken. Und das war es im Endeffekt. Ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen Süßungsmittel mit rein tun. Gebt es einfach in ein Glas und schon habt ihr euren Quark-Shake. Wirklich sehr schnell und schmeckt echt sehr, sehr gut. Probiert es aus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.